Was machen wir in der Freimark? Machen wir vielleicht in der Freimark. Sonst haben wir in der letzten Saison da auch nie gewesen, und vielleicht in dieser Saison auch nicht. Heiko Neugebauer? Ja, bis zu welchem Ergebnis dürfen Sie denn? Und ab welchem nicht mehr? Die Spiele, ja, ungefähr drei Wochen und so weiter. Und genauso passen die drei Wochen. Wir haben noch eine englische Woche dazwischen. Ich meine Mainz, Köln und Dortmund. Und dann kann alles passieren, wenn alles positiv ist. Wenn ein gutes Ergebnis ist, warum nicht? Aber genauso, wenn das auch nicht so richtig ist, wenn alles schlecht ist und wir da feiern ohne Ende. Das ist auch nicht der Fall, das soll sein. In der Zeit, wo ich hier Trainer und Leistungszentrum habe, wir haben jedes Jahr da gewesen. Aber auch Spieler, ein paar Mal. Da habe ich noch ein paar Fotos zu Hause noch da, wo ich dirigiere, Fans. Aber ich habe schon gesagt, letzte Saison haben wir auch nicht da gewesen. So ein Foto graben wir nochmal raus jetzt für morgen. Ja, schon. Aber schon lange. Letzte Saison war ich nicht da gewesen. Ja. 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 Ja.